Motivationsautopiloten 4.0, das Seminar für Menschen mit Personalverantwortung. Geht es Ihnen auch so, dass Sie manchmal gern ein Team zusammenstellen würden und nicht wissen, wer passt zusammen, dass Sie Positionen besetzen, um nachher festzustellen, es war der falsche Bewerber. Der hat mir zwar alles erzählt, was ich hören wollte, nur im Endeffekt hat es nicht gepasst. Wäre es nicht toll, schon vor dem eigentlichen Bewerbungsgespräch rauszuhören, wie diese Menschen ticken? Wir alle haben über 60 automatische Motivationsautopiloten in uns. Diese zu erkennen, wie die bei uns sind und wie ich rausführen kann, wie die bei den anderen sind, das ist Ziel dieses Seminars. Unter www.normen-kraeter.com gibt es weitere Informationen und Anmeldungen. Ich werde heute bis Freitag jeden Tag ein kurzes Video posten, wo ich einen der wichtigsten Autopiloten ganz kurz anreise und erkläre. Von daher viel Spaß und freuen Sie sich auf morgen.